Ein Automobil unserer Familie bis jetzt, sag ich mal, schon seit etlichen Jahren. Steigen wir ein, jetzt geht's zum nächsten Termin und hier nochmal der frontale Hase, aber natürlich kein Zeichen weggeblört. Blöd nur, wenn man da nicht losfahren kann, weil einem der Hase gar nicht gehört. Trotzdem ist und bleibt ApoRed aber natürlich der allerkrasseste. Tut mal leid, ich, Main Character, ihr Sidechicks. Und mit dem passenden Outfit rockt ApoRed sogar gerne mal Carsharing-Autos. Was immer sehr wichtig ist, Freunde, dass man auch sein Outfit natürlich dem Wagen auch anpasst.